Seit 1999 sorgt Dachdeckermeister Christian Wiese mit seinen erfahrenen Mitarbeitern dafür, dass sie sich unter ihrem Dach wohlfühlen. Von kleineren Reparatur- und Wartungsarbeiten bis hin zur kompletten Neueindeckung bearbeiten wir Aufträge aus allen Bereichen des klassischen Dachdeckerhandwerks. Spezialisiert sind wir vor allem auf den fachgerechten Einbau von Dachfenstern und Solar-Tube-Tageslichtsystemen. Rufen Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserem Können. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Projekte.